Mein Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute geht es darum, wie wir die ganze Anfrage von unserem Frontend an unser Backend lesen können. Das heißt, wir haben vielleicht noch irgendwelche besonderen Header oder sowas, die wir auch verarbeiten müssen und das kann sehr wichtig sein. Allerdings haben wir letztes Mal gelernt, wir können hier zwar dieses komplette JSON-Format hier lesen, also die API stellt uns sozusagen dieses JSON-Format zur Verfügung. Wir können es ja auch interpretieren, alles wunderbar, aber hier sehen wir, naja, mehr ist da halt einfach nicht drin und da muss man ein bisschen tricksen, damit man das hinbekommt. Deswegen wechseln wir einfach mal direkt in unseren Editor, das ist hier und ja, wir gehen wieder mal hier zurück in unser TypeScript und wir sehen, wir haben hier einen API-Call an die Crypto-Compare-API gemacht, die uns einfach den Preis für Ethereum aktuell irgendwie liefert. Das ist ziemlich cool und ja, wir haben auch gesehen, funktioniert, wenn wir hier den Preis in Euro haben wollen, dann müssen wir einfach Data von Euro machen, Console.log funktioniert, allerdings haben wir da nur die JSON-Daten drin, also das heißt Bitcoin, Euro und wir haben es ja gerade gesehen eigentlich, also ich zeige es euch gerade auch nochmal kurz, das hier ist das Objekt und das hier ist der Preis in Euro, ja, das wir hier geloggt haben. Das Problem ist natürlich, wenn wir diese Header haben wollen, dann stehen die nicht im JSON-Format drin, die werden separat übermittelt und da müssen wir dann hergehen und sagen, hey, wir hätten ganz gerne noch ein bisschen mehr und zwar in diesem Get hier drin können wir das zwar machen, wir können hier die URL angeben, aber am Ende können wir noch mehr machen. Und zwar, wir können hier unseren Observe noch ein bisschen genauer definieren, wenn man das Observe hier hinten dran weglässt, das ist sozusagen einfach ein zweiter optionaler Parameter in der Funktion, wenn man das Observe weglässt, dann passiert eben das, was wir hier gemacht haben, wir bekommen einfach nur das JSON-Format zurück, wenn wir hier allerdings noch den Observer hinten dran hängen, dann passiert ein bisschen mehr und ja, ich zeige euch einfach mal, wie das geht, wir müssen hier das Ganze in eckigen Klammern machen und das sind diese sozusagen diese Options hier, das müsst ihr wie gesagt nicht vorne dran eingeben, das macht meine IDE für mich, beziehungsweise ihr müsst es auch nicht eingeben, das ist einfach nur so zu sagen, dass ich weiß, was ich da gerade fülle als Parameter. Observe, Doppelpunkt und dann hier die Response reinschreiben, Response. So, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was man hier machen muss. Wir schauen uns einfach mal an, was hier tatsächlich passiert, allerdings müssen wir darauf achten, dieses Data Euro, das wird nicht mehr funktionieren, das wird mir einen Fehler schmeißen, deswegen schmeiße ich das jetzt hier erstmal raus, damit ich überhaupt sehen kann, was da passiert. So, und das ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt die Data, sondern die komplette Response eben, deswegen hier Response, also die komplette Antwort, die wir hier zur Verfügung bekommen. Wir nennen es jetzt einfach trotzdem mal Data, ist ja völlig egal, wie das Teil hier heißt und schauen uns an, was da eigentlich gelockt wird. So, und ja, wir sehen jetzt hier, wir haben hier ein bisschen mehr und zwar eine komplette HTTP-Response. Ihr habt gesehen, ich habe hier auch nicht aktualisieren müssen oder sowas, also das ist halt das Wunder an Angular sozusagen, dass man überhaupt nichts mehr machen muss, es passiert alles automatisch. So, und jetzt haben wir hier eigentlich immer noch alle Informationen, die wir brauchen, plus noch ein bisschen mehr. Und zwar, wir haben hier ein OK-True, das ist ziemlich cool, denn OK-True bedeutet, es ist alles richtig gelaufen. Wir können jetzt hier drauf zugreifen, wie auf ganz normales JSON auch, das heißt, ich kann hier drauf zugreifen und dieses OK abfragen. Also, ich kann es gerade mal kurz zeigen, ich kann hier zum Beispiel hergehen und sagen, ich kann Console-Log-Data, was die komplette Antwort jetzt ist, von OK berechnen lassen oder ausgeben lassen in unserem Fall. Und dann steht hier eben True. Das ist ziemlich nice, denn jetzt weiß ich auch direkt, OK, es ist alles gut gelaufen, ich kann weiterverfahren. Ich kann zum Beispiel auch meinen eigenen Fehler überprüfen. Hier die URL, gut, die sollten wir vielleicht kennen, aber in manchen Fällen kennen wir sie vielleicht nicht, weil sie berechnet wurde oder sowas. Oder jemand anders durfte sie angeben, was übrigens sehr gefährlich sein kann. Und ja, dann haben wir hier automatisch die URL nochmal angegeben können, hier überprüfen. Den Type, da müsst ihr mal gucken, für was jeder einzelne Type steht, die werde ich euch nicht alle vorlesen. Status, das ist ein ganz normaler HTTP-Code, also Status 200 ist quasi alles in Ordnung. Status 404, den kennen die meisten, das wäre nicht gefunden, also not found. Und dann gibt es auch solche Sachen wie halt Restricted oder Not Allowed oder sowas. Also solche Sachen stehen im Status drin. Das Wichtigste für euch ist eigentlich bloß dieses OK True, denn wenn es irgendwas anderes als OK ist, dann könnt ihr damit halt nichts anfangen. So, und hier drin stehen jetzt die Header. Und das sind relativ viele Header, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch nicht alle wirklich interessant sein müssen. Ja, ihr könnt hier einfach mal ganz kurz durchgucken. Ich glaube, die sind nicht unbedingt das Interessanteste. Das Wichtigste ist hier eigentlich dieses OK, also für mich zumindest meistens. Und im Body steht immer noch das komplette, ganz normale JSON-Format drin. Das heißt, wenn ich hier jetzt Data von Body mache, dann bekomme ich das raus, wie wenn ich hier einfach dieses Observe-Response komplett weglasse. Und das ist vielleicht verwunderlich, warum man eigentlich dieses Body jedes Mal, oder warum man, wenn man das hier anhängt, mehr bekommt. Also warum wird nicht einfach dieses Observe-Response als Standard gegeben? Ganz einfach, weil man halt meistens mit dem Body alles hat, was man möchte. Also in den allermeisten Fällen. Ja, und ja, wir sehen jetzt auch gleich hier, gut, hier steht einfach alles drin, so wie wir es gewohnt sind. Hier eben Bitcoin-Preis, Euro-Preis und US-Dollar-Preis für ein Ethereum. Okay, wunderbar. Und das war es von meiner Seite auch schon wieder für dieses Mal. Nächstes Mal sehen wir uns an, wie wir mit Fehlern umgehen können und vielleicht noch ein paar weitere Kniffe und Tricks. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.